Herzlich willkommen zu den Screaming Frog Hacks. Kleine Tipps für den Screaming Frog SEO Spider. Heute geht es um Includes und Excludes. Ich versuche mal die Website von C&A zu crawlen und man wird relativ schnell feststellen, es gibt verdammt viele Inhalte da drauf, nämlich für verschiedene Sprachen und Länder. In der URL sieht man sowas wie slash.de, das heißt slash Land slash Sprache und wenn man sich mal die Website anguckt, wird man feststellen, es gibt wirklich sehr viele Länder und es gibt auch viele Sprachen. Vielleicht will ich die gar nicht alle crawlen, vielleicht will ich nur die Inhalte für Deutschland und Österreich crawlen und wenn ich das möchte, kann ich die Includes nutzen. Ich kann also Regeln definieren, welche URLs er eigentlich crawlen soll und welche nicht. Ich habe das hier mal vorbereitet, das sind immer so Regeln mit Punkt Sternchen am Anfang und am Ende und dazwischen etwas, wenn das in der URL vorkommt, dann soll er die URL auch bitte crawlen. Also hier heißt es eben, alle Inhalte für Deutschland und für Österreich sollen auch gecrawlt werden. Das kann man auch mal testen. Man kann hier mal eine URL reinkopieren und dann steht hier unten auch direkt Included. Wenn ich allerdings jetzt ch schreiben würde, wäre es not included, das heißt diese URL würde er sich nicht angucken. Kann ich also wie gesagt prima dafür nutzen, um das Crawlen auf ganz bestimmte Ordner oder auf ganz bestimmte URL-Strukturen einzuschränken. Analog kann ich auch Excludes definieren. Das ist quasi das Ganze negativ ausgedrückt. Wenn ich zum Beispiel möchte, dass überhaupt keine PDF-Dateien heruntergeladen werden, dann kann ich einfach Punkt Sternchen PDF eingeben und schon wird der Frog jedes Mal, wenn er eine URL findet, in der das Wort PDF am Ende steht oder die Buchstaben PDF, dann wird er diese URL nicht herunterladen. Das war auch schon dieser Tipp. Wir haben noch mehr Tipps für euch. Guckt gerne bei YouTube rein oder besucht unser Seminar bei UAM Campus. Vielen Dank und noch viel Erfolg mit dem Screaming Frog SEO Spider.